Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 651 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast, und schreibe deine Ideen auf. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast, und schreibe deine Ideen auf. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Klaus hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich will es sofort wiederhaben. Klaus hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich will es sofort wiederhaben. Klaus hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich will es sofort wiederhaben. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Mit diesen Fahrrädern haben wir die Gegend erkundet. Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Wer hat dir das Skateboard geschenkt? Wie lange hast du das schon? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jeder kann an sich arbeiten und lernen, wie er sein Aussehen verbessern kann. Jeder kann an sich arbeiten und lernen, wie er sein Aussehen verbessern kann. Meine Karriere und ich sind auf einem guten Weg. Ich bin schon wieder befördert worden. Meine Karriere und ich sind auf einem guten Weg. Ich bin schon wieder befördert worden. Ich vermiete seit vielen Jahren Fahrräder an Touristen. Seit kurzem vermiete ich auch Elektrofahrräder. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Danke für die schnelle Information. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Danke für die schnelle Information. Mein Mann und ich wollten schon immer ein Kind. Es dauert nur noch wenige Monate. Es dauert nur noch wenige Monate. Es ist alles miteinander verbunden. Meine Tochter tanzt schon seit Jahren Ballett und ist dabei völlig im Einklang mit der Musik. Meine Tochter tanzt schon seit Jahren Ballett und ist dabei völlig im Einklang mit der Musik. Es ist schon lange Tradition, dass wir uns sonntags mit der ganzen Familie zum Mittagessen treffen. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Die Arbeit im Krankenhaus macht mich glücklich und zufrieden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Da. dots. Dramat. 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 Vielen Dank.